Der Moment Der Moment Der Moment Gibt es noch nicht den Moment, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Das ist immer erst später. Da ist dann alles auf einmal nicht so wichtig. Theoretisch im ersten Moment dann. Meistens ist es danach, wenn es zu spät ist. Praktisch, manchmal nicht. Zu spät. Ja, wenn es schon zu spät ist. Ich muss gestehen, ich habe das oft leider etwas außer Acht gelassen. Ich denke, du machst es, wenn es zu spät ist. Leider in der Vergangenheit nicht immer, aber bisher ohne Konsequenzen. Aber wir haben auch nach dem ersten Mal das Wünschen gesprochen. Doch, nein, 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 das stimmt gar nicht. Nein. Nein, das war beim ersten Mal eine Diskussion. Allerdings... Danach. Ja. Dannach. 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 Vielen Dank.